Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Folge heute in FIFA 15 im Ultimate Team. Und das aus gleich mehreren Gründen. Die erste ist die neu formierte Mannschaft, die zeige ich euch mal gerade in groß. Wir sind sehr, sehr viel grün, das ist super. Die Liga BBVA kombiniert jetzt mit der Bundesliga und das komplett. Die komplette rechte Seite plus Sturm, seht ihr, das ist eben jetzt die spanische Elite-Klasse. Und dann haben wir noch die drei Dortmunder mit Shinji Kagawa, dem Namensgeber dieser Serie. Miche Tajan im zentralen Mittelfeld und hinten Marcel Schmelzer, nicht zu vergessen. Und ja, die Chemie ist das Stichwort. Hier seht ihr es, nur zwei mal eine 7, eine 9, ansonsten alles 10. Wunderbar. Und da hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich so schnell schon funktionieren würde, das auch so top aufzustellen. Das ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, wie ich finde. Das neue Team der Woche. Und das ist kurios. Wie ihr schon sehen könnt wahrscheinlich. Hinten eine Dreierkette, die aber komplett aus Rechtsverteidigern besteht. Daryl Jan Mart, Newcastle United. Dann haben wir Lichtsteiner von Juve. Und auf der linken Seite Serge Aurier von Paris Saint-Germain. Wir haben einen Brasilianer. Linkes Mittelfeld, den kenne ich gar nicht. Wo spielt der denn? Linkes Mittelfeld, 77er. Moment. Äh. Da haben wir es. Yeon Buck FC K-League. Also in Korea ist der gute Mann unterwegs. Dann haben wir Carlos Tevez auf der Mittelstürmer-Position. Toni Groß. Ganz, ganz stark die letzten Wochen für Madrid. Tobias Werner, der zwei Tore geschossen hat für Augsburg. Shane Long, den wir ja schon haben. Ich zeige euch mal kurz die Inform-Variante. Also den Spieler, den mir sehr gut gefällt. Der ist schon klasse als Non-Rare-Karte. Thomas Müller, Hoch-Hoch-Arbeitsrate. Das stimmt aber sowas von. Schwacher Fuß, vier Sterne. Und den also jetzt hier als Stürmer. Und Landon Donovan haben wir auch noch drin. Ich meine, das wäre zumindest schon sein zweiter Inform-Diener dieses Jahr bekommen hat. In seiner Abschluss-Saison. Die Bank mit Fabrizio, mit Smith von Ipswich Town. Wir haben Frank Aschampong von Anderlecht. Wartkins, den sicher einige haben wollen mit 93er Tempo. Wartkins, rechtes Mittelfeld. Als nächstes kommt Fekir von Olympique Lyon im zentralen offensiven Mittelfeld. Coriale, das ist ein Italiener mit einer Top-Karte. Das ist eine Bronze. Also 3,70er Werte bei einer Bronze-Karte. Da kannst du nicht meckern. Na Ilton haben wir auch drin. Natürlich nicht der Dicke damals von Bremen. Das ist jemand anders. Der spielt in Russland. Terek Grosny. Vier Sterne-Skiller. Also mit Sicherheit auch interessant, wenn man den ziehen würde. Wir haben gleich Möglichkeiten. Das will ich dazu schon mal sagen. Ein Gratis-Set natürlich. Das ist das wöchentliche für die Ultimate Team Edition. Wie ihr das ja schon gewohnt seid. Und wer aufgepasst hat, hat es kurz unten schon gesehen. Diese kurze Einblendung. Da läuft dieses Wochenende was ganz Spezielles. Ich zeige euch das. Hier. Foot United. November 14 bis 16 2014. Und das beinhaltet eben diese Packs. Man dürfte 10 Stück ziehen. 15.000er. 7 seltene 20 Gold. Bei 24 Objekten insgesamt. Aber wir machen erstmal das hier auf. Mit Messi vorne drauf. Das Gratis-Set. 70.000 Münzen haben wir. Also ich habe wieder ordentlich was zusammengetradet. Da zeige ich euch am Ende noch was. Markus Berg. Ehemals Hamburg. Anatoly Timotschuk haben wir auch noch. Und den guten Jung von Wolfsburg. Ja, den können wir für eventuelle Bundesliga-Connection nochmal versuchen. Powerhouse. Son-Titien. Das können wir eigentlich gerade mal reinhauen. Von Zwente zu Son-Titien. Französischer Traditionsverein. Das Stuttgarter dritte Trigot sieht auch geil aus. Neuer Ball. Schicken wir mal alles zum Verein. Bis auf ihn hier. Den guten Adams. Den Fitnessmann. Den können wir nicht gebrauchen. Gibt noch ein bisschen Münzen. Jetzt sind wir auf 71.000. Bezüglich dieser Special-Sets. Da gibt es noch eine Verlosung von EA. Ein Preis, der beinhaltet, dass du glaube ich zwei Spiele sehen darfst. In der Barclays Premier League. Und 10 mal eine Million Münzen für 10 weitere Leute. Was hat das erste Päckchen für uns? Roberto Soldado von Tottenham. Wir haben noch Dirk Keuth von Fenerbahce. Soldado nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Dann Aschavin von St. Petersburg. Osvaldo von Inter. Valentin Stocker. Gute Werte. Wirklich sehr gute Werte der Etaner. Aus der Schweiz. Vier Sterne Schmacher Fuß. Und da kannst du echt nicht meckern. Das ist eine echt gute Alternative. Auf wiederhändige Seite. Perez Traore. Emenike. The Beast. Ja, letzte Woche war jetzt Inform drin. Ich werde verrückt. Also der Typ ist ja mal sowas von OP. Schon als normale seltene Karte. Und Ben Atha. Rechtes Mittelfeld. Für eine eventuelle Connection zu Benzema vorne. Das brauchen wir jetzt momentan nicht mehr. Diese Fitnesskarten. Die schmeiße ich alle auf die Transferliste. Im Grunde ist ganz einfach. Das ist unter anderem ein Teil von dem, womit ich handel. Diese Fitnesskarten. Zeige euch das gleich nochmal ganz genau. Wenn wir mit den Packs fertig sind. Ich habe mir vorgenommen so vier Stück davon aufzumachen. Dann wären es 60.000 Münzen. Hätten wir noch knapp 10.000 übrig. Weil das muss man nutzen. Wenn man diese Special Dinger eben aufmachen darf. Schauen wir mal, was das zweite für uns parat hat. Also sind wir quasi jetzt bei der Halbzeit. Bärchen dreht sich. Subotic. Neven Subotic. Zschäbe aus der Türkei. Silberkarte. Non-Rare. Der ist nicht schlecht. Gutes Tempo. Gute Defensivwerte. Roberto Piraeus Varcaso von Celtic. Linkes Mittelfeld. 91er Tempo. Könnte auch was wert sein. Gray. Zentral Defensiv. Frankreich. Genauso wie Omtiti. Von Lyon. Oh, Catalyst sehe ich da hinten. Das hier. Weiß ich nicht. Können wir auch irgendwie auf die Transferliste tun. Der Catalyst ist auch ein bisschen was wert. Ich glaube so knapp 1.000 Münzen. Ah, die zweite Duplikate sind nicht so schlimm. Ich hätte mir noch einen anständigen Manager gewünscht. Oh gut, da steckst du halt nicht drin. Zwei Packs haben wir ja noch von denen hier. Von den Jumbo Premium Gold Sets. Dieses Foot United Special Wochenendes. Also, ich bin ein ganz guter Dinge. Irgendwas Schwarzes. Irgendwas Schwarzes. Das siehst du ja schon. Wenn das Ding sich dreht. Nee, nix. Joasinho. Garmes. Der ist gut. Den könnten wir eventuell reinpacken noch. Für die Spanien-Truppe. Schneiderlin ist super. Adrian Smalling. Und Maxey. Ja, französische Liga E hier spielt, glaube ich auch in Russland. Und das Wappen haben wir eben in der Elf der Woche gesehen. Brauchen wir nicht Wappen Wolfsburg. Mexiko-Trikot haben wir bei der WM gesehen. Florenz Lindegard haben wir schon. Ja, ich packe die mal drauf auf die Notwehrliste. Hier die lag genauso. Aber ich glaube nicht, dass die so wahnsinnig viel abwerfen. Dafür sind die einfach nicht mehr selten. Wenn das Spiel jetzt neu rausgekommen wäre, dann hätte man eventuell was da rausholen können. Machen wir das letzte einfach auf und gucken, ob wir noch was Geniales rausbekommen. Die sehen schon geil aus, die Dinger mit dem Blau. Giroud. Olivier Giroud. Wir haben Boruc von Southampton. Giroud von Arsenal. Ogbonna ist klasse. Italienischer Endverteidiger Popov aus der russischen Liga. Camacho. Da müssen wir gucken, ob der besser ist als der Javi Fuego, Hegeler und Sertic haben wir als Goldkarten. Carrasco. Ich glaube, das ist nichts, der spielt irgendwo in Argentinien. Da haben wir wieder so eine Fitnesskarte. Ab damit. Genau wie das Ding hier. Das Schweden-Auswärts-Tribo ist eines der schönsten, die ich im Spiel gesehen habe. Das sieht echt so nice aus in-game. Kitchen. Wir sollen in die Küche gehen. Der Kollege. Defensiv plus 10. Den haben wir schon. Weil ich immer noch nicht genau weiß, was diese Karten eben wirklich bewirken. Bei Fitness kann man sich das vorstellen. Bei Verhandlungen auch. Das ist halt für die Verträge. Aber was macht denn der Defensiv-Typ? Keine Ahnung. Ich würde ja ganz gerne hier weitermachen, weil das ist echt so dermaßen süchtig machen, diese Packs. Panini virtuell, wie ich immer so schön ganz gerne sage. Aber können wir nicht. Wir haben zu wenig Münzen. So, und jetzt machen wir das, was ich angekündigt hatte. Ihr wolltet immer ganz gerne wissen, wie holst du dir deine Münzen rein. Das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wir gucken mal gerade auf die Fitness. Die habe ich eben draufgepackt. Also das ist das, was man machen kann. Alles in dieser Verbrauchsobjekt-Typ-Klasse. Kannst du im Prinzip handeln. Du musst halt nur gucken, was wirklich Sinn macht. Wir können bei der Fitness mal einsteigen. Gehen dann hier auf Gold. Kannst du auch Silber nehmen, aber die sind nicht so wirklich teuer. Seht ihr hier schon, dass hier 700 Gebote, 750. Und man kann es machen wie der gute Kollege hier, dass man vielleicht 900, 950 macht, vielleicht 1000 sofort kaufen. Wenn die dann so weggehen, dann machst du schon Gewinn, wenn du die für 750 einkaufst. Und so funktioniert das halt. Nur du brauchst einen Münzenpuffer. Ihr seht es hier. Einen Münzenpuffer, womit du halt möglichst viele davon einkaufen kannst, um damit dann eben Gewinn zu steigern. Dann kannst du immer mehr davon kaufen und somit dreht sich das dann wie so ein Schneeballsystem. Genau wie diese Dinger, Spielertraining. Allerdings ist das ein bisschen komplizierter, weil die noch teurer sind. Die sind noch deutlich teurer. Ich sehe, das bis zu 1300 kannst du hier rausholen. Da hat jetzt gerade einer 1000 geboten. Da muss man halt so ein bisschen so ein Händchen entwickeln. Aber das ist eigentlich schon das Geheimnis dieser ganzen Geschichte. Ich muss mich dann nochmal bei meinem Bruder bedanken. Und der hat mir das Ganze nämlich gesagt und mich auf diesen Trichter gebracht. Und das funktioniert wirklich. So, wir sind wieder am Anfang. Ich werde mal gucken, wie ich die ganzen Spiele einbauen kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst mal wieder mit einem Gameplay. Euer Baum, macht's gut. Und ciao.